Und wie lang bleiben Sie hier oben, Brian Barnes? Ich hab nichts Falsches gemacht. Anna, hey, hier ist Brian. Ich fahr gleich hoch zur Hütte. Ich mein, komm doch nach. Es wär toll. Ich brauch grad einen Freund, okay? Wie lang nimmst du die schon wieder, hm? Willst du wissen, warum ich davon überzeugt bin? Wieso? Na, wegen der Hütte. Anna? Hallo? Du machst mir gerade Angst. Ja, ja, ich möchte mich bei Ihnen beschweren über einen Ihrer Männer. Warst du wegen deinen Hallos schon mal beim Arzt? Hey, Kumpel. Gibt's ein Problem? Ja, ja, ich möchte mich bei Ihnen beschweren über einen Aufmerksamkeit. Ja, ich möchte mich bei Ihnen beschweren über einen Aufmerksamkeit.